Hallo zusammen! Gerne erkläre ich Ihnen den Zusammenhang zwischen dem IREP-Kataster, den IREP-Kataster-Publikationen und dem Kantonsblatt. Hier finden Sie den IREP-Kataster mit den Infos zu rechtskräftigen Beschlüssen. Beim Schieben des Buttons nach rechts sehen Sie ausschließlich laufende Änderungen. Sind Sie aber auf der Suche nach einem bestimmten Planungsvorhaben, verwenden Sie dafür doch einfach das elektronische Kantonsblatt. Nun können Sie hier nach einer bestimmten Änderung suchen. Und hier finden Sie dann den weiterführenden Link zu allen wichtigen Informationen. Also zu den IREP-Kataster-Publikationen. Hier können Sie die geplanten Änderungen mit dem bestehenden Zustand vergleichen und finden zudem auch alle wesentlichen Informationen. Vielen Dank fürs Zusehen! Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Kontaktkoal-Kataster-Publikationen Begrüßungs ceremony